Lass den Christus in mir willkommen heißen und so auch Gott, unseren Vater. Heiligkeit umgibt mich so vollständig, so sicher. Die stille Liebe trägt mich, fließt durch mich und lässt mich mit Augen der Liebe vergebend auf meine Welt schauen. Der heilige Sohn Gottes ist jetzt in mir auferstanden, neu geboren. Es ist das eine Selbst in jedem von uns, das uns alle zum Einssein verschmelzen lässt. Dem non-dualen Geist, der Einsgesinntheit in Gott selbst. Ich bin der auferstandene Christus, stets liebevoll ruhend in den sicheren Armen unseres heiligen Vaters. Alles ist vergeben, vergessen und aufgelöst. Das Antlitz Christi leuchtet in mir, stark, hell und klar. Jetzt, in dieser mächtigen Präsenz, bin ich bereit für die geistige Offenheit in mir und die Läuterung meines weiten Geistes endlich anzunehmen. Mein weiches Herz und mein herrlicher Geist dehnen sich ewiglich aus. Nun bin ich vollkommen bereit für Wunder. Alles heißt mich willkommen. Ich stehe da mit offenen und leeren Händen. Still in meinem fließenden Geben und Empfangen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020